happy birthday to you wo war das so alles gute zum geburtstag für die leute geburtstag haben und herzlich willkommen bei red dog gamble ich bin mal wieder unterwegs ich habe mich gerade angemeldet und da kam sofort ich soll hier ein spiel machen keine ahnung was für ein spiel aber ja ich werde das gleich mal spielen ist anscheinend battle royale jetzt mal meine brille ab so mein urlaub ist fertig zu ende zu ende leider ok richtig so das wird jetzt meine erste runde nach dem urlaub ich hoffe ich werde jetzt nicht allzu hart verlieren und da ist eine truhe die nehmen wir schnell mit erstmal ankommen eine truhe ok schon mal ein scharfschützengewehr was für eins ist das ac ging das ac 80 ziemlich windig heute draußen aber noch bin ich hier drin ich muss ja gleich raus arbeit arbeit ruft schon mal meine schöne weste hier finde ich klappt das mit der maus hier noch nicht so richtig mp40 mp40 ok da werden wir jetzt einmal umswitchen also spieler 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 nicht über handy wie ihr ja schon seht und einige haben es ja auch schon mal nachgefragt ob ich auch über handy spiele aber mein handy ist so schlecht da läuft das spiel nicht drauf deswegen spiel ich nur über computer oh schön was fehlt denn noch eigentlich hätte ich gerne noch eine torg ist so schlecht keine torg abläufig mit dieser gonz rum Konz? Wie ist die? Koza? Ihr wisst, was ich meine. Also es muss ja keine Torge sein. Ich werde auch mit einer Max 7 zufrieden. Was ich bei mir immer komisch finde, ist, wenn ich aufnehme, ich muss jedes Mal die Dingens neu einstellen. Ich muss jedes Mal irgendwie eine andere Farbe, wie ich meinen Greenstream hinpacke. Mp5 auch? Nice. Hätte ich den nicht lieber für... Äh, Squad. Jetzt muss ich hier ein Stückchen laufen. Also ich denke, ich habe alles, was ich brauche. Ops, daneben gelaufen. Da, Pilz. Das fehlt noch. Das ist ein Miniturm. Okay, das können wir noch kaufen. Das ist ein Miniturm. Oh, mein erster Kill. Das ist ein Miniturm. Das ist ein Miniturm. Wie ging das? Das ist ein Miniturm. Das ist ein Miniturm. Das ist ein Miniturm. Okay. Das ist ein Miniturm. 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 Triple kill. Quadra kill. Domenating. Hmm. Unstoppable! Ah, schade. Wo sind sie alle? Ja, schade. Ja, schade. Hm. Hmm. Ja, schade. Ja. 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 ok er ist in kai gewandt er ist ohne grund supi dann will ich jetzt noch einmal eine runde verspielen und dann muss ich arbeiten bald habe ich wieder level up ach so ist ja hier wieder nur die saison 37 glaube ich jetzt ne gut weiter geht's muss hier alles noch selber ausmachen und wieder einschalten also das habe ich noch vergessen zu zeigen so aber jetzt nächste runde ok ich drücke immer auf den knopf so wie ich das immer eingestellt habe aber irgendwie ist das hier weg ich muss das wir neu einstellen so haben wir alles meine rüstung ein pilz und jetzt haben wir zum schiff laufen so 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 die erste runde ist immer so eine sache mit gewinnen dort bist du ok was nehmen wir jetzt da ist die mp50 die ich haben möchte die 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 Der hat mich nicht gesehen, hahaha, vielleicht gewinne ich ja noch. Jetzt wirds besser, bestimmt. MP5, dann haben wir die Schussweste, ein Helm und drei Pilze, so schön. Schuss. Schuss. Das war's. Ja, das gibt's doch nicht. Und gerade gegen der KI, das war noch leicht, jetzt kommen Spieler, jetzt habe ich noch ein bisschen Probleme, aber egal, Glück wird schon. Oh, falsche Seite, ne, hier auch. Oh, falsche Seite. Oh, falsche Seite. Oh, falsche Seite. First blood. Ah Mist, oh das wird doch nichts. Da oben bin ich, 1 gegen 1, da oben zu stehen ist doof, wirklich. Naja, ok, das war wohl ein Satz mit X, das war wohl nichts, das waren meine zwei ersten Runden in diesem Jahr, wer war besser als ich, er war besser und der, der und der. Beim nächsten Mal bin ich wieder besser, am Freitag, also bis dahin viel Spaß, also vorher werde ich das Video so noch, möchte Arena spielen. Also die Leute, die das nicht sehen, für die viel Spaß, bis Freitag, tschüss. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. Tschüss. Tschüss.